Willkommen ihr Lieben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thorsten und ihr habt es im Titel gesehen, immer die gleiche Base, also der Gegner, das ist ganz ganz witzig, unser jetziger Gegner hat tatsächlich immer die gleiche Base und zwar nicht nur im Rathaus 12 Bereich, sondern auch im Rathaus 11 Bereich, bzw. die Rathaus 11 Bases sind ja genauso groß wie die Rathaus 12 Bases, außer dass die Rathaus 12 Bases noch 1, 2, 3 Defensivgebäude mehr drin haben, aber wir gehen einfach mal rein und ihr habt es im Thumbnail schon gesehen, die Base, eigentlich wollte ich das Video viel viel eher machen, damit ihr uns vielleicht ein paar Tipps geben könnt, wie können wir die machen, denn wenn du ja eine machst, dann schaffst du irgendwie alle, immerhin haben wir schon einen auf 3 Sterne hier gebracht von den Bases, aber wir gehen mal rein und gucken mal, ich weiß nicht was diesen Clan geritten hat, entweder spielen die, ich habe noch nicht reingeguckt, alle Legende und haben alle irgendwie diese Base drin und haben die dann auch als Kriegsbase aktiviert, aber wenn wir hier jetzt mal weiter reinschauen, Nummer 2, Nummer 3, ich meine klar ein bisschen Unterschiede gibt es natürlich, seht ihr schon so ein bisschen Mauern und und defensive Gebäude mal mehr, mal weniger schon durchgemaxt, aber das Design ist immer das gleiche, das ist echt das Witzige und das hört ja auch nicht auf im Rathaus 11 Bereich, das ist das coole, also auch hier ist immer, ich glaube bis zur 11 ist das hier runter, immer die gleiche Base, ich meine es war bis zur 11, ich gucke mal, ich glaube die Nummer 12, die hat jetzt mal eine andere Base, die Nummer 12 hat eine andere Base, hurra! und auch die Nummer 13, ich glaube ab hier wären es dann auch andere Bases, aber trotzdem, ich glaube auch im unteren Bereich, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube dieses Design hier ist auch öfter mal dabei, aber ich glaube, na doch, das haben wir jetzt schon zweimal gesehen, irgendwie haben die immer das gleiche, ich weiß nicht, gucken wir mal hier auf den 11, den Thunderbird an, die wollte ich eigentlich mit meinem 9er machen, hat jetzt der Thunderbird gemacht, hat zwei Gulems genommen, ich hätte jetzt nur einen mitgenommen, eigentlich hatte ich schon so ausgebildet mit dem Chefkoch, aber mal sehen, wie das hier gemacht hat, vor solchen Bases darf man auch keine Angst haben, da ist die Base, die Defensive ist wirklich so low, was Kanonen angeht, Flächenschaden angeht, das einzige was hier hoch ist, sind natürlich die Luftabwehren, ein X-Bogen hat er hier immerhin auf 5 müsste das sein, einen hat er da hinten auf 2, also hat er auch nur 2 Stück und der Rest ist hier dann, ja, nicht ganz so effektiv, so will ich das mal sagen, ja, weiß ich nicht, wie man das mal wieder aufdrücken kann, klar, ihr sagt dann natürlich wieder, ah, ist ein Rusher oder ist ein Engineer-Account, ja, ist ein Engineer-Account, der hat auch schon bei uns einer Nummer 3er reingedrückt, also zumindest funktioniert das hier, dass er hier unten immer von so einem mittelmäßigen 9er, so will ich den Thunderbird mal beschreiben, mit 15er King, 17er Queen, ganz locker und easy hier einen 3er kassiert, ohne dass der sich großartig Mühe geben muss, ähm, okay, die, ich hatte jetzt eigentlich wenigstens erwartet, dass die Tesla auch Max sind, aber auch die sind hier, was sind das, 4er gewesen oder so, oder noch kleiner, also Queen da draußen am Rumpampeln, ich meine, der Worden macht zwar auch da hinten Schaden, die Statue, aber nicht so wirklich viel und, ja, dann ging das hier ganz gut durch, habe ich noch nicht gesehen, aber ich hatte ihn eine ähnliche Armee gebaut mit dem Chefkoch und ich werde ihn wahrscheinlich nochmal machen für einen Bonus oder so, mal sehen. Im Moment haben wir eine kleine Serie hier bei den Herausforderern, finde ich auch sehr, sehr gut, also cooles, kleines, eingespieltes Team hier, Zwinker und, ähm, freut mich in jedem Fall, dass das hier zur Zeit ganz gut klappt und ich hoffe, wir ziehen uns da nicht runter, wenn es da mal nicht so gut klappt, also auch da, glaube ich, aber halten wir ganz gut zusammen und natürlich ist man immer euphorisch, wenn man Klankriege gewinnt, ich glaube, wir haben im Moment eine 7er Serie, das kann sich dann aber auch ganz, ganz schnell ändern, mit 1, 2, 3 Klankriegen oder Klankriegsangriffen, die dann da sind, äh, die du dann irgendwo nicht machst, ich muss mal gerade gucken, welchen ich hier eigentlich gemacht habe, ich glaube, ich habe hier, ah ne, so tief bin ich nicht, ich bin auch nicht so tief gegangen mit dem Chefkoch, gestern Abend noch nach dem Stream, sondern ich habe mich hier irgendwo eingependelt, es ist auch nicht so dolle, also, äh, die Taktik hier ist nach wie vor ganz gut, mit dem Queen Charge in so eine Base reingehen, ich habe mal auf den Sprung verzichtet und habe mal zwei Wutzhauber mitgenommen, äh, Funnel gelingt einem natürlich in so einer Base ziemlich gut, weil da außen ziemlich wenig steht auf der Seite, wo die Queen jetzt rumgehampelt ist und so kann jetzt meine Queen, die kann eigentlich nur noch reingehen, ich habe auch erst gedacht, oh, die könnte ja jetzt doch rausgehen, denn meine Mauerbrecher haben da ja noch ein kleines Stück Mauer aufgemacht beim Tesla, ist aber nicht so, ist dann doch reingegangen, irgendwann kam dann, glaube ich, auch die Clanburg raus, okay, ja, da kommt jetzt die Tesla, aber alles nicht so schlimm, also, ich habe schon lange nicht mehr so einen entspannten Angriff gemacht hier, ähm, zumal die beiden Feger hier unten mal richtig, mal richtig positioniert sind hier, so dass du, diese Bill schreit, schreit quasi danach, gedreiert zu werden und hat dann auch noch ein Loch hier unten an dem einen Feger, aber meinen zweiten Wut nehme ich jetzt nochmal und zünde die Queen auch noch nicht, glaube ich, und habe dann auch schon angefangen mit dem Loon-Part, äh, auch wo die Clanburg noch nicht weg ist, die hat sich ja erstmal auf meine Queen eingeschossen, nicht, dass ich ein bisschen zu viel Zeit verliere, beziehungsweise dann die anderen Defense-Gebäude auf meine Hunde ballern und nicht mehr auf meine Queen, okay, einen X-Bogen ballern auf meine Queen, das ist ja mal nicht so tragisch und, oh, geht eigentlich ganz gut, also, wie gesagt, ich habe schon lange nicht mehr so entspannt angegriffen, weil ich, ähm, irgendwo diese Farm-Base hier als nicht so effektiv ansehe, so will ich das mal sagen, einer bei uns aus dem Clan hatte auch meine Farm-Base, auch die in den CKs benutzt, das geht gar nicht, ähm, wollte ich, wollte ich eigentlich nochmal geschrieben haben, dass sie die dort bitte rausnehmen, das ist eine Farm-Base, die hält manchmal, aber für den CK ist sie absolut untauglich, jetzt habe ich hier zwar ein bisschen Stress mit dem einen Feger, der sich jetzt noch dreht, aber ich habe noch genug, lohnt es überhaupt noch eine komplett zu zündende Queen, beziehungsweise die habe ich jetzt eben schon gezündet und dann sind das hier eigentlich auch ganz locker 9 auf 9, drei Sterne gewesen, ich habe mir extra noch Mühe gegeben, nach dem Stream habe ich noch zwei Stunden geboostet, gestern Abend, denn ich hatte nur 40.000 Dunkles, das ist auch immer ein kleines Problem, 40.000 Dunkles, ein Heldenbuch und im Shop ein Heldenbuch, beziehungsweise nicht im Shop, sondern im, beim windigen Händler und das wollte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen, an der Stelle, oh, hier sind wir im 11 auf 11 Bereich, aber ohne Adler Artillerie, glaube ich, ja, ohne Adler Artillerie, ähm, naja, wie hat der Martin das hier gemacht, ah, okay, mit einem Pekka, 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 ne, doch nicht Pekka, mit Bowie, Bowie irgendwie, irgendwas mit Bowler und Hexen, also mit Hexen, also Bowie, nicht Bowie, sondern Bowie, Bowler, Witches und, ähm, auch hier mit Karre unterstützt, die fährt auch gut durch, ah, der kann man, kann man auch mal friesen da den einen Inferno, tut zumindest nicht weh, denn, äh, beim Sprung sind jetzt doch ein bisschen wenig Truppen, muss ich mal so sagen, ich würde, ich würde mal sagen, keine, äh, bei beiden Sprungzaubern ist nichts, aber jetzt gehen doch so ein paar gehen doch jetzt rein, okay, jetzt wird doch ein bisschen hier in der, in der Mitte was, was gemacht, aber so früh die Sprungzauber werfen, das kann man machen, aber man sieht's ja, es zieht nicht unbedingt die Truppen rein, die Masse mit den Helden ist hier unten lang gegangen und da hat man dann auch nicht so wirklich gefundelt, sondern eher alles mal rein hier, Leute, das wird schon, ja, aber gegen so eine Base, glaube ich, kannst das auch ganz gut machen, denn, äh, du hast jetzt nicht viel innerhalb, innerhalb der Base, das meiste, oder die meisten Punkte stehen, stehen alle außen und so können die hier, können die Helden mit den Bohlern und mit den paar Hexen hier ganz piano einmal rumgehen hier, so eine schöne Rundum-Base, also schönes Gelatschi hier im Ring und können so eine Base hier auch ganz, ganz easy drei Sternen, also es sieht sehr, sehr gut aus und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass wir auch den wieder gewinnen, denn die haben ja alle die gleiche Base, also zumindest im oberen Bereich müssen wir eigentlich mal einen jetzt dreiern von denen, dann wissen wir zumindest, wie es geht, ich gucke jetzt mal gleich, ob wir nicht doch einen haben, der diese Base schon gemacht hat und die Truppenkombination kann man dann ja kopieren und kann, ähm, dann die Base so ähnlich machen, ähm, sag ich mal, muss man nicht, kann man aber, aber es gibt sicherlich mehrere Möglichkeiten, so eine Base dann zu machen, da muss man dann nur überlegen, äh, wie mache ich das am besten und schön gemacht hier von Marin auf die Nummer 13, 13 auf 13, also Spiegel einmal angegriffen und hier oben hat ja schon jemand gedreiert, der Stranski hier, hat die, das Rathaus 12 hier schon gemacht, okay, gucken wir mal mit einem Packersmash, okay, mit einem Packersmash und schauen wir mal, wie er hier vorgegangen ist mit dem Funnel, kommt in jedem Fall über eine Seite rein, die jetzt noch nicht so hart verteidigt ist, das ist eigentlich ganz gut da, den Funnel zu machen, denn dann hier unten, hier, brauchst du nicht reingehen, was ich jetzt gerade markiere, das ist alles viel zu hart verteidigt für, für, auch, auch für Mastruppen, auch für Mastruppen ist das zu hart verteidigt an der Stelle und ich würde auch immer so eine Seite nehmen, also entweder von 12 bis 3 Uhr oder die von 12 bis 9 Uhr geht auch, ähm, so dass die Truppen so ein bisschen diagonal durch diese Base hier gehen, man muss natürlich zusehen, dass man dann am Ende noch genug über hat, weil am Ende kommt erst massiv Feuer, ihr seht das, jetzt fängt es erst richtig an weh zu tun und vorher war ja, war nur so ein bisschen, war nur so ein bisschen, Einsprung hat er noch, ein Heil vor allen Dingen, ist auch nicht schlecht, in der Mitte schönen Heil geworfen, nochmal, aber muss jetzt gleich hier am Rathaus, ah ja, hat er da, hat er da vorher schon den Boden gezündet oder hat es da nicht so weh getan, wenn da ein paar Päcker nur drin sind und der Eisgolem, aber da waren ja auch ein paar Bowler bei, ich habe es jetzt nicht gesehen, wann er seinen Boden gezündet hat, Queen ist aber auch noch zündbar, außen hat er den Halshauber jetzt gesetzt, sehe ich gerade, um da Päcker ab, ja, okay, man kann es dann heil auch durchheilen, heiler, heiler heilen geht ja auch, heiler heilen geht auch, wir haben ja gerade ein bisschen Knabberei bekommen, von den Skelettfallen, aber, also von den Luft Skelettfallen, aber, da jetzt nochmal eine schwarze Mine, jetzt kommen nochmal Skelettfallen raus, hier von außen, okay, das sollte sicherlich ein Queen Charge oder Queen Walk abhalten, aber ihr seht das auch, da unten drei Bomben auf einmal, hier dann noch die zwei, in der Nähe des Wardens jetzt gerade und, oh, die können ganz piano jetzt hier durchgehen, eine Minute noch Zeit, vielleicht war es auch ganz schön knapp, das Ding hier, so viele Truppen leben da jetzt gerade nicht, aber, schön lange noch mit der Queen gewartet, immer noch nicht gezündet und, denn die Päcker Damen tanken hier noch für alle, Heiler geht es im Moment auf der Queen, das ist schade, dass jetzt, ah, jetzt kommt eigentlich ein Päcker in Range zum Heilen, der da Schaden bekommt und die Heiler müssten eigentlich switchen, machen sie aber nicht, ah, jetzt wird geswitcht auf den Warden, okay, da wurde geswitcht auf den Warden, der soll ja ein bisschen mehr Hirn bekommen, im nächsten Update, im Oktober Update, was immer noch nicht da ist, also vielleicht ist er jetzt schon da, wenn ihr die Folge seht, keine Ahnung, ich wollte auf jeden Fall diesen CK hier nicht versäumen, sonst ist er wieder raus, ihr kennt das, und ein YouTuber, der nichts mehr zu zeigen hat, der hat halt ein Problem, denn nur sich selber vom Gefahr mit zeigen ist eigentlich, ist immer nett, mache ich jetzt auch, ich mache jetzt noch einen Angriff mit meinem Elfer hier, einmal für, vielleicht für einen Pass oder so, oder zum Üben, aber so kann man es machen, und so kann man dann natürlich auch die anderen Sachen alle kopieren, der Gegner greift jetzt auch nochmal an, okay, unseren Davy Jones, können wir mal sehen, 18 auf 24, unten sind die so ein bisschen, sie sind halt ein wenig schwächer, was vor allen Dingen die Dörfer angeht, und mal sehen, der Davy hat ja aber auch nicht so ein tolles Dorf, ist auch eine Farmbase, sieht man also auch im Rathaus 9 Bereich ohne Ende, hat ja aber, das ist aber ein Zehner hier, der hat schon einen Slammer dabei, und die Clanburg, was kam, ich habe gar nicht gesehen, was da aus der Clanburg kam, da muss man mal nachgucken, was da rauskam, oder was er da drin hatte, vielleicht war es ja an der Stelle nicht so effektiv, aber der Zehner wird das hier wohl irgendwie schaffen, denke ich mal, oder? Ja, die müssen dippen, also der Gegner muss ein bisschen dippen, da die unten einen Fünfer hatten, glaube ich, und schwache Neuner haben, die schaffen unsere Neuner nicht, so dass die hier auch mal drei Sterne holen können, ja, was hat denn der Davy hier eigentlich für eine, für eine Clanburg drin, oder? Ich habe es nicht gesehen, was er jetzt drin hatte, ähm, ah, ein Lava-Hund, okay, habe ich, habe ich gar nicht gesehen, kam der nicht raus, ah, der kommt bei Lufttruppen nicht raus, ne? Nein, und wenn die Clanburg natürlich weg ist, der kommt bei Lufttruppen natürlich nicht raus, also eher uneffektiv, lieber einen Drachen reinnehmen, oder, weiß ich nicht, einen kleinen, äh, Eisgolem, oder, ähm, mit, mit Babydrachen, oder sowas, ist, glaube ich, ein bisschen effektiver, aber wir können hier nochmal reingehen, kurz, knapp mal ein bisschen was suchen, für unsere Army hier, was habe ich denn hier drin, Luns habe ich da drin, oder, oder es geht, das passt so, scheinbar habe ich die auch gefordert, sonst wären die da jetzt nicht drin, und hier übe ich im Moment so ein bisschen, ein bisschen Queen Charge, ein bisschen rein in die Mitte, allerdings, äh, nehme ich dann eigentlich immer ganz gerne eine Karre mit, hier außen kann ich nicht ganz so viel anrichten, und, äh, da nehmen wir mal den Ring, ja, den Ring nehmen wir mal mit, ja, den Ring nehmen wir mal mit, der hat hier ganz nette Infernus, der ist auch noch nicht ganz so stark, da können wir hier mal reingehen, mit unserer Truppe, und, ich muss noch ein bisschen was mit Heilern machen, ein wenig mit Heilern machen, mein Worten steht schon mal richtig, die Luns lasse ich da mal drin, ähm, denn, ich gucke mal gerade, wo die Queen jetzt hingeht, könnte der das Lager da weg machen, ja, die geht in jedem Fall auf die Seite, dann ziehen wir mal hier, unseren Eiskuhle mit rein, denn meine Päcker Damen müssen hier jetzt mal Mauerbrecher spielen, ist einfach so, meine Päcker Damen müssen hier Mauerbrecher spielen, nein, nicht alle rumgehen, kommt nicht alle rumgehen, so ein bisschen könnte doch vielleicht auch daher gehen, ihr könnt, ihr könnt da sogar springen, guck mal, ihr könnt da sogar springen, was ja jetzt gar nicht, gar nicht mal so schlecht war, ja, so ein paar nehmen da den Sprung auch in Anspruch, und ich gucke mal, dass ich jetzt vielleicht hier meine Clanburg droppe, und auch von hier meine Fledermäuse, einmal das Ganze so gemacht, einmal da gefrostet, und wir frosten, glaube ich, nochmal den hier, wir nehmen den nochmal in Frost hier, da kommt jetzt ein, ah ja 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 ja, oh 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 oh, da kommt ein etwas heftiger, ein heftiger Drache raus, okay, hier unten geben wir nochmal ein bisschen Feuer, naja, zum Farmen reicht es, wir haben das Rathaus zwar noch nicht erreicht, aber jetzt den, es wäre ganz schick, wenn wir irgendwie den Drachen erreichen könnten, liebe Queen, okay, du hast erst das Rathaus gemacht, das ist auch in Ordnung, jetzt ist aber mal so ganz langsam der Drache dran, ah, der hat auch viele Trefferpunkte, seht ihr das, hat echt viele Trefferpunkte, meine Queen noch in Heilung, aber jetzt ist er endlich, jetzt ist er endlich Geschichte, Mann, hat es auch gedauert, Oben geht noch eine Päckerdame und noch ein paar Fallen hier in der Mitte, das wären jetzt keine drei Sterne, glaube ich, ich denke mal, ich habe keinen Zauber mehr, keine Truppe mehr, das bleibt dabei, gucken wir mal ein bisschen tiefer rein, Queen kriegt jetzt von eins, na doch, von zwei Verteidigungen eigentlich Feuer, jetzt kommt gleich noch der Tesla mit dazu, der eine X-Bogen ist im Bau, äh, die hätte es nicht geschafft, weil meine Heiler nicht mehr da sind, aber dennoch haben wir den Bonus hier mit drin und wir haben ein paar Sternchen gemacht für die gute Tat des Passes hier, die nehmen wir auch gleich nochmal rein, ich denke mal, wir schlagen uns hier ganz gut, ähm, ja, wie gesagt, hier könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch schon so erlebt habt, dass hier alle die gleiche Base haben, also die Rathaus 12 war weit bis unten in den Rathaus 11 Bereich und, ähm, wie man die eigentlich machen kann, aber ich glaube, so wie die oben schon gemacht wurde vom Stranski, so war das schon ganz gut und kann das so weitergehen, also baut die nicht nach, baut die nicht nach, die ist nix und, äh, naja, ich werde sie jetzt auch nicht nachbauen, aber vielleicht ist sie ja in Legende oder so, eine ganz nette Base oder zum Puschen, kann auch sein, meine Base passt mir nach wie vor, ich hoffe, das Video hat euch ganz gut gefallen, bis zum Update würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder, bis dahin, euer Toto, Clashen! Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,